Hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich da spielt Rise of Kingdoms. Ich werde starten, voll betreiben und warten. Ich habe meinen eigenen Account wiedergefunden. Hurra. Da ist er. Und. Ein Shop ist das. Okay. Hier habe ich auch ein paar Geschenke. Oh, ist doch cool. Dann schauen wir mal wie weit wir heute kommen. Kampagnen. Jo, den muss ich auch noch mal weiterspielen. Kommandant. Und Julius Caesar. So. Hm. Alles. Ein Ding mal kann ich bauen. Hm. Okay. Eins. Zwei. Also ich bin bei drei. Oder? Hm. Egal. Ach. Leuchtet immer noch heute. Da muss was sein. Okay. Ich bin bei drei. Und der hier vielleicht. Ja. Der war das. Und das Beitritt. Die haben mich gekündigt. Das gibt's doch nicht. Die mich einfach rausgeschmissen. So eine Frechheit. Können mich doch nicht rausschmeißen. Ich hab doch nur einen Monat nicht gespielt. Ich muss das bauen. Hm. Da leuchtet es immer noch. Ach. Da ist es. Aber jetzt nicht mehr. Hm. Gut. Dann hier nochmal. Alles. Anklicken. Oh. 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 Aber. Wie krieg ich die 6 da weg? Ein Rathaus muss auf Level 10 sein. Hm. Hm. Da weiß ich nicht, wie ich da hinkomme. Hm. Dann geht es jetzt so weiter. Hm. Darauf. Aber er ist wohl so. Boah, ich bin so alleine hier. Das ist cool. Keine deine Rehe. Hm. Nein. Sehseitig will ich nicht. Ich nehme lieber. Wer war für Angriff, oder? Ich kämpfe für mein Volk. Ich bin so schnell. Schönen. Schönen. Erstmal Speerlager auf Nummer 5. 3 Sekunden heilen. Fertig. Schönen. 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 Hmm. Ja, ja, ja. Nein, wir sind zurück. So, das dauert drei Minuten. Die beiden haben gegeneinander gespielt und die haben gewonnen. Boah, das sind richtig gute Techniker, sag ich mal, ne? Das ist jetzt 36.000 und dann noch 50.000 Stärken. Wie heißt meine Geld, in der ich drinne bin? Bündnis. Ja, fuck, ja. Böser Name, böser Name. Ich mach mal hier ne Technologie rein. Bewässerung oder Handsäge. Ich bin ja so einer, der möchte erst Wirtschaft, also mach ich das nicht. Kann ich nicht. Eine Stunde. Ja. Ja. Ich glaub, ich baue das gleich mal. Noch 18 Sekunden. Und fertig. Dann möchte ich jetzt einmal das Ziel bauen. Und das denkmal. Und das denkmal. Und das denkmal. Schön. Ich hab ein Denkmal. Ich hab ein Denkmal. Beanspruch. 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 Kann ich beanspruchen. Wo steht beanspruchen? Und hier steht auch was. Geht mal hoch. Warte mal. Ich drück mal drauf. Da. Dann nochmal. Warte mal ehrlich. Nein. Ja. Warte mal. Koh! Hallo. Naja, egal. Ich würde jetzt einfach kurz Kampagne spielen, ja. Expedition. Rupert, da sind wir. Ach, wir müssen den noch richtig. Herausforderung. Um. 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 Uh. Um. Uh. Um. Um. Uh. I told you without the Centurio I have to improve my command a little bit this this the 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 talent Bogenschützer the 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 and the 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 an doch da los ist die Tompola noch die Kamp siegte Amen. Okidoki. Ich muss noch ein paar Leute... Ausbilden. 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 Und... Ausbilden. Stimm mal nicht. Ok, das wird jetzt bisschen länger dauern, so 50 Minuten. Ich glaube, so lange wollen wir nicht veratmen. Ich muss Level 10 sein, bevor geht das nicht. Auf beiden Seiten Gate gesetzt. Wir sind jetzt noch nicht mehr орdelt. Ich bin wieder credit, was ich das verschwärts in der Mitte. Wir haben das eigentlich schon mal kurz. Ich hab das nicht so schnell gemacht können. Ich glaube, wir haben die Bereiche gesetzt. Wir haben das nicht anfangen. Wir haben das nicht so schnell. Ja. Ach gut, da. Ein rote Punkt ist weg, jetzt braucht die hier da. Wie ich die loswerde, das weiß ich nicht. Dann werden wir auch nochmal gleich einen Angriff machen. Expedition, die Nummer 4. Und wir nehmen den Julius Caesar. Nein, nicht mehr. Nein. Ich kann leider keinen Latein. Ich kann leider nicht mehr. Oh, Achtung. Ach. Ete zu, Brüte, Ete zu, Brüte, auch nur zwei. Das sieht cool aus hier, hier reingekreist, ne, 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 na gut, na gut, yeah. Ja. Ach stimmt, ich habe ja auch die Trugel, hm, kein geküscht. Egal, nochmal, ne wieder nicht, nochmal, oder das letzte Mal. Hab ich schon. Hm. Okay. Mal, nein. Kommt die dran. Drei Schüsse. Eins. Zwei. Drei. Und. Ach. Schade, nichts ist dabei gewesen. Kommandant? Oh. Oh. Okay, wo bist du her? Japan? Japan. Oh. 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 Nice. Oh, nichts gebracht, oder? Oh. Oh. ein das ist noch hier 50 50 der schoss meister 5000 ok nehmt noch hier was da haben wir was oder 5000 ist uns vor 53.000 das ist ein Geschenk ich habe ein Geschenk gekriegt ich mag Geschenke Sammler war die nicht Leopatra O Anubi Paradidomisi Tine Mimpsichini Trini 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 O Anubi Tine Mimpsichini Bit Wo waren die? Hm. Kannst du das hier? Nein. Wo waren die Tagesqueste? Ach, das war hier drauf. Ja, Pferde und Blau. Eieieiei. Jetzt geht's noch bis 200 hier. Barbaren, bis die drei Barbaren-Truppen. Da, was ich? Oder, was ich? Dann war ich das hier drauf. Ja? Die Schreie hat, bitte. Oh, ja, das war. Das war's nicht. 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 Ich hab's nicht. Das war's nicht. Was ist das für mich? Was ist das? Na gut, ich werde mal sagen, was warst du heute? Ich habe gerade eine Niederleihe gehabt, ich muss jetzt erst mal drauf klarkommen, das kann doch nichts sagen. So, ich nehme mein Ticket ab und sage, Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr mal nächstes Mal seid, bis dahin, viel Spaß und auf Wiedersehen, ciao, ciao.